Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer Bundesliga-Sonderreaction mit Tobias Escher und mir. Julian Nagelsmann hat, überraschend, Fragezeichen, seinen Vertrag für die deutsche Nationalmannschaft verlängert bis nach der Weltmeisterschaft 2026, die in Amerika und Mexiko stattfinden wird. Tobi, wie überraschend kam die Meldung für dich? Für mich kam sie sehr überraschend. Du hast mich jetzt hier rausgerissen aus meinem Zelda-Spiel. Die armen Bürger von Hyrule werden noch länger darauf warten, bis befreit zu werden. Das ist alles deine Schuld und auch die Schuld von Julian Nagelsmann, weil dass wir schon wieder hier zusammensitzen, ist ja durchaus überraschend. Alles hat irgendwie darauf hingedeutet, dass er zu den Bayern zurückkehrt. Man hat ja auch schon das Gefühl gehabt, die haben es schon so ein bisschen vorbereitet, auch medial so. Und jetzt plötzlich an einem Freitagmorgen die Nachricht, er wird bei der Nationalmannschaft weitermachen bis 2026 mindestens. Das ist schon, finde ich, sehr überraschend. Ja, für mich auch. Ich hatte zuletzt gedacht, dass er zu den Bayern zurückgeht. Das klang für mich so durch, die Äußerung auch von Eberl und also die grundsätzliche Konstellation. Und ich hätte gedacht, ja, okay, der hat noch eine Rechnung offen mit den Bayern. Jetzt sind alle Leute, die ihn da so ein bisschen rausgemobbt haben, namentlich Oliver Kahn, Hassan Sadihamidzic, die sind alle nicht mehr da. Es sind jetzt Leute, glaube ich, im Verein, die ihn mögen, die ihn schätzen und die ihm auch Rückendeckung geben würden. Und ich glaube, dass das eigentlich auch eine ganz komfortable Situation gewesen wäre, wenn du zurückkommst. Weil das ist ja eher eine triumphale Rückkehr, weil alles hat im Nachhinein ihm Recht gegeben. Die Mannschaft funktioniert auch unter einem nachweislich erfolgreichen Trainer wie Thomas Tuchel nicht. Das Tisch, Tuchel ist zerrissen zwischen Mannschaft und Trainer. So wirkt es zumindest. Die Champions League lässt so ein bisschen so ein Burgfrieden entstehen. So ist der Eindruck von außen, dass man sich für diesen Wettbewerb gemeinsam nochmal motiviert und zusammenreist. Aber der Dauerbetrieb in der Bundesliga funktioniert ja nicht mehr in dieser Konstellation. Da wäre er zurückgekommen und hätte Fühlsprecher gehabt und hätte, glaube ich, schon eine recht starke Position auch dann einnehmen können. Von daher hat mich das überrascht. Aber ich finde das sehr gut für die deutsche Nationalmannschaft. Wir lassen uns das mal ein bisschen aufteilen. Das sind ja zwei Aspekte. Das eine ist die Trainersuche des FC Bayern. Das andere ist eben, dass er bei der Nationalmannschaft bleibt. Lass uns das mal an. Wir fangen mal an mit der Perspektive auf die Nationalmannschaft. Da gibt es jetzt auch, glaube ich, zwei unterschiedliche Reaktionen. Die einen sagen, hammergeil, wir haben einen richtig guten Trainer, der eine Aufbruchsstimmung erzeugt hat, der ein guter Taktiker ist und der jung ist, der eine gute Ansprache findet für die Mannschaft, der einen Umbruch geschafft hat. Sehr gut, dass wir uns den sichern konnten. Die anderen sagen, kann doch nicht sein, dass man vor einem Turnier bereits mit dem Trainer verlängert. Man weiß doch gar nicht, wie man da abschneidet. Wo stehst du in dieser Frage? Ja, das kommt auch, hängt sehr davon ab, was der DFB für einen Vertrag ausgehandelt hat. Also man hat ja im Frühjahr so angedeutet, wenn man es mit Nagelsmann macht, dann macht man so eine Regelung, wie die Handball-Nationalmannschaft das gemacht hat. Nämlich, dass sie im Zweifelsfall bei einem totalen Misserfolg den Trainer entlassen konnten. Das haben sie ja mit Gislason so gemacht, die Handballer. Und ich denke auch, dass der DFB das gemacht wird, dass man da irgendwie einen Schlupfwoch hat, sollte die Nationalmannschaft in der Vorrunde ausscheiden, dass man dann getrennte Wege gehen kann, ohne dass das extrem viel Geld kostet. Ja, ansonsten ist es eine sehr gute Nachricht. Erst einmal würde ich behaupten, weil du der A damit ein Thema wegnimmst. Weil stell dir vor, wir hätten Erfolg gehabt. Und dann würde ab Viertelfinale auf jeder Pressekonferenz nur noch gefragt werden, ja, wie ist es jetzt, machen sie jetzt weiter danach? Und dann würde rumgeeiert werden. Oder noch schlimmer, er hat dann einen neuen Job und ist dann schon mit dem halben Kopf woanders, weil er ja eigentlich da dann anfangen müsste Anfang Juli. Also das ist, glaube ich, schon die bessere Lösung, wenn du einen Nationaltrainer hast, der auch bleibt einfach, wo du das Thema gar nicht aufmachen musst während des Turniers. Natürlich, vorausgesetzt, es gibt diese Klausel, dass er im Falle eines Vorrunden ausgehen kann. Ansonsten könnte das ein sehr teures Missverständnis werden. Ich bin auch eher Fraktion happy, weil ich freue mich darüber, dass dieses Thema erledigt ist, dass man einen guten Trainer hat. Um ehrlich zu sein, und das hat man ja auch schon bei der Nachfolgesuche für Hansi Flick gemerkt, gibt es jetzt nicht so einen riesigen Pool an verfügbaren Trainern? Natürlich hast du immer noch Jürgen Klopp, der da so rumgeistert, der aber auch ganz klar glaubwürdig vermittelt hat, dass er nicht zur Verfügung steht für mindestens ein Jahr. Und das ist natürlich auch Quatsch, zu sagen, okay, wir warten jetzt mal auf Klopp. Wenn es da im Hintergrund eine Abmachung gegeben hätte, dass er 2025 übernimmt, hätte man es vielleicht überbrücken können ein Jahr lang. Aber das ist auch eine seltsame Situation, weil man bereitet sich dann ja auch auf eine Weltmeisterschaft vor. Und das wäre irgendwie auch eine komische Konstellation, aber offensichtlich hat das ja auch in der Form gar nicht stattgefunden, diese Gespräche. Von daher, ich freue mich sehr, dass aus Sicht der Nationalmannschaft, dass Julian Nagelsmann sich committet. Ich finde, das ist wichtig für das Turnier, dass auch die Spieler wissen, er bleibt länger. Und er kann was aufbauen. Und ich denke auch, wenn sie in der Vorrunde ausscheiden sollten, wenn das Turnier nicht so gut werden sollte, da muss man ja immer fragen, okay, liegt das jetzt am Trainer oder liegt das auch vielleicht ein Stück weit an der Qualität der Mannschaft oder an anderen Dingen, liegt das vielleicht daran, dass die Gegner besser sind, weil es hat unter Löw nicht funktioniert und es hat unter Flick nicht funktioniert. Und dann ist halt die Frage, okay, unter wem wird es denn besser laufen? Wer ist denn die bessere Alternative? So, und Nagelsmann hat nachgewiesen, dass er ein guter Trainer ist. Er hat, finde ich, auch gezeigt, dass er lernfähig ist. Er hat, finde ich, so als Neuling auf Nationalmannschaftsebene in den ersten Monaten auch unter Beweis gestellt, dass er sich anpassen kann, dass er auch bereit ist, Entscheidungen zu treffen, die so ein bisschen aus der Box rausgehen. Das sieht man anhand seiner Nominierungen. Er hat am Anfang ein bisschen probiert, hat auch eher auf etablierte Kräfte gesetzt, hat sich dann aber sehr schnell angepasst, hat sich flexibel gezeigt und hat jetzt zuletzt mit den beiden guten Spielen gegen Frankreich und die Niederlande, sich auf etwas festgelegt, was funktionieren kann. Hat eine Begeisterung entfacht in einer Situation, wo eigentlich alle nur noch abgeturnt waren von der Nationalmannschaft. Und das muss man ihm ja schon mal als Leistung anrechnen. Deswegen, ich freue mich da sehr drüber, unabhängig vom Ausgang des Turniers. Ich hoffe natürlich, dass als Fan der Nationalmannschaft, dass es weit geht. Aber ich glaube, dass selbst wenn sie scheitern sollten, dass das deswegen trotzdem nicht eine Fehlentscheidung ist, sondern dass es ein guter Trainer ist, mit dem wir echt guten Gewissens, guten Gefühls dann auch zur Weltmeisterschaft reisen können. Ja, sehe ich genauso wie du. Ja, ist vielleicht auch ganz cool so, weil wenn er jetzt bei Bayern unterschrieben hätte, das wäre auch eine strange Situation, weil er ja auch Bayern-Spieler nicht nominiert zum Teil. Oder wie gehst du da mit Bayern-Spielern um, wenn du dann künftig der Vereinstrainer sein wirst? Da ist ja zum Beispiel in Goretzka vielleicht ein Thema, welche Rolle spielt der. Dann hast du einen Nabri, wenn der fit ist, kommt der mit oder nicht. Wobei man bei diesen beiden Spielern auch nicht weiß, ob sie eine Zukunft haben in München. Die stehen da ja auch zur Diskussion. Ja, also sind wir uns beide einig, ist erstmal super für die Nationalmannschaft. Wollen wir das dabei belassen? Das wollen wir dabei belassen, denke ich. Weil es ja auch, du hast ja nicht nur dieses Bayern-Ding gehabt, du hättest ja auch vielleicht ein Dortmund-Ding gehabt. Da war ja auch mal eine Zeit lang so gerüchtelt, dass sie Interesse an Nagelsmann haben. Und da wäre es ja noch seltsamer gewesen. Ist ja sowieso schon eine schwierige genuge Situation mit dem Dortmunder-Halbfinal-Einzug. Was machst du mit einzelnen Spielern? Wen lässt du dann zu Hause? Das ist ja schon kompliziert genug. Und ich glaube, wenn er jetzt irgendwo im Sommer übernimmt, wie du es gerade sagst, das hätte es nur noch unnötig verkompliziert. Ja. Dann gibt es jetzt noch den zweiten Aspekt dieser Geschichte. Wenn wir erstmal da das Fazit ziehen, wir sind happy mit dieser Entscheidung als Fans der Nationalmannschaft. Dann reden wir jetzt über den FC Bayern. Da sind wir beide jetzt weniger emotional involviert. Können das natürlich als die Journalisten, die wir beide sind, ganz neutral besprechen. Ich hatte ja eben schon gesagt, ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass Nagelsmann zurückgeht oder hätte es mir gut vorstellen können. Wie war das für dich? Du hast ja auch gesagt, dass wenn du dein Geld setzen müsstest, würdest du eher sagen, Nagelsmann geht zu Bayern. Habe ich das richtig verstanden? Ja, das habe ich Montag, glaube ich, noch gesagt. Dann kamen jetzt Dienstag, Mittwoch, kamen dann die ersten Nachrichten von wegen, ja, Eberl möchte ihn schon zurückholen, aber der Aufsichtsrat hat ein Problem damit. Und wenn sowas nach außen dringt, dann muss ja irgendjemand da vom Aufsichtsrat oder Eberl selber geredet haben. Und das hat man mich schon stutzig gemacht. Er hat schon gesagt, okay, da irgendwas läuft dann nicht so, wie es laufen soll. Also irgendwie scheint man da nicht diese Option Nagelsmann zu wählen. Dann ganz ernsthaft, wenn man wirklich diese Option gewollt hätte, wäre sowas nicht nach außen gedrungen. Man hätte dann versucht, die Reihen zu schließen und sehr stark darauf gesagt, ja gut, er war halt da, als noch keiner von uns da war, als Eberl noch nicht da war, als noch Kahn da war, als Saljamic da war, er ist ein guter Trainer, blablub. Und da habe ich jetzt das erste Mal gedacht am Mittwoch, okay, das Nagelsmann-Ding, das scheint, da ist irgendwas im Argen. Auch weil der Berater ja dann relativ frühzeitig gesagt hat, er wird noch innerhalb der nächsten sieben Tage verkünden, was er machen wird. Und das klang für mich nicht nach Bayern. Ja, für Bayern ist es jetzt so ein bisschen, ich will nicht sagen, der Worst Case, weil der Best Case ist natürlich auch nicht, deinen gerade geschassten Trainer wieder zurückzuholen. Aber die Optionen werden rar. Also ich glaube, man hat wirklich auf diese Option Alonso gesetzt und gehofft und auch gedacht, dass man den bekommen kann, als man Tuchel entlassen hat. Und alle anderen Lösungen sind jetzt so ein bisschen 1b. Also jetzt kann man keine 1a-Lösung mehr präsentieren. Man kann nur darauf hoffen, ein Jahr lang zu überbrücken und dann anzugreifen wieder bei Alonso oder sogar bei Klopp. Aber ansonsten gibt es jetzt niemanden auf dem Trainermarkt, der nach Bayern schreit. Ja, erst mal das Erste, was du gesagt hast, fand ich sehr interessant. Dass der Aufsichtsrat, wenn das jetzt so ist, das ist jetzt ein bisschen für mich, weil du meine Quelle bist sozusagen. Deswegen kann das natürlich auch sein, dass es nicht stimmt, obwohl du sehr zuverlässig bist als Quelle. Aber lass uns das jetzt mal ... Nur kurz angemerkt, ich bin hier nicht die Quelle, sondern das stand im Kicker. Nee, meine Quelle. Das hat Christopher Michel berichtet. Meine Quelle. Ja, deine Quelle. Aber das stand in verschiedenen Publikationen auf einmal, wo man halt schon ... Wenn verschiedene Publikationen auf einmal das schreiben und dann auch immer sagen, wir rufen uns auf Quellen, dann muss irgendjemand da 5 oder 6 Leute auf einmal angerufen haben. Und dann muss das auch so mit Absicht gestreut worden sein. Ja, was erst mal natürlich schon wieder so dieses neu zusammengesetzte Konstrukt beim FC Bayern so ein bisschen beschädigt, wenn es dort jemanden gibt, der diese Information durchsteckt, zeigt, dass es wieder intern irgendwelche Machtkämpfe gibt und Interessen, die dort auf so eine Art und Weise vertreten werden. Das ist erst mal eine Beschädigung, finde ich. Und dann ist es schon interessant, dass mit Eberl ein neuer starker Sportdirektor geholt wird, der offensichtlich einen Wunsch hat, dem der Aufsichtsrat ein Veto entgegenschleudert. Das finde ich schon ein bisschen strange, dass man ihn dann nicht machen lässt. Und es zeigt aber auch, dass Nagelsmann nicht unumstritten ist im Verein. Und dass es dann auch einige Leute gibt, die ihn dort nicht wieder installieren wollen. Und dann, wenn Nagelsmann wird das ja auch wissen, der steckt ja auch drin, der kriegt diese Infos ja eher als wir. Der muss ja nicht den Kicker lesen, um diese Strömung lesen zu können im Verein. Und dann ist es aber auch umso verständlicher, dass er den Bayern absagt. Weil wenn du als Nagelsmann zu den Bayern zurückgehst, dann ja nur nach der Entlassung, dann ja nur, wenn du dir sicher bist, dass du zu 100 Prozent unumstritten und gewollt bist im Verein, um eben nicht wieder die Situation zu haben, dass du weißt, im Hintergrund gibt es Leute, die eigentlich nicht wollten, dass du da bist. Und deswegen kann ich schon verstehen, dass er dann vielleicht auch sagt, nee, sorry, also entweder völlig unumstritten und ihr legt mir hier den roten Teppich aus oder ich mach das nicht noch mal. Aber was für mich wirklich dann interessant ist, ist das Eberls Wunsch. Und ich gehe davon aus, wenn Nagelsmann dann, dass es auch wirklich Eberls präferierte Lösung gewesen wäre, dass ihm dieser Wunsch sozusagen vom Aufsichtsrat verwehrt wird. Das finde ich schon ein bisschen strange. Ja, beziehungsweise der Aufsichtsrat, muss man aber auch fairerweise sagen. Und das ist ja nicht nur der Aufsichtsrat gewesen offensichtlich, sondern auch Strömung im Klub. Die haben natürlich auch Nagelsmann schon mal miterlebt. Und der wurde ja auch entlassen und wahrscheinlich auch nicht nur, hat sich nicht nur Freunde gemacht da vor Ort. Also das muss man ja auch sagen. Und das ist ja auch, wenn es Nagelsmann ist, trotzdem eine sehr seltsame Sache, den Trainer zu entlassen, den Nachfolger zu installieren und zweifelmal später festzustellen, eigentlich war der vorherige Trainer doch gut. Also da kann ich schon verstehen, dass da manche das nicht als 1A-Lösung sehen. Also die 1A-Lösung, muss man sicherlich sagen, war Alonso. Und jetzt ist die spannende Frage, ob sie diese 1A-Lösung unbedingt im Jahr 2025 umsetzen wollen und dann sagen, okay, jetzt irgendwie 12 Monate überbrücken. Oder ob sie noch jemand anders aus dem Hut zaubern, weil vielem Namen gibt es ja nicht mehr. Also Klopp hat gesagt, er macht ein Jahrpause, Alonso bleibt in Leverkusen. Hoeneß hat gerade verlängert in Stuttgart. Dann hast du eigentlich nur noch einen Ralf Rangnick auf der Liste. Du hast noch einen Hansi Flick auf der Liste. Viel mehr fällt mir da gar nicht ein jetzt momentan. Wobei Ralf Rangnick ja, soweit ich es verstanden habe, auch abgesagt hat. Ja, so halb, ja. Ja, er würde es vermutlich nicht als Übergangslösung auch machen wollen. Er hat das ja bei Manchester United schon mal gemacht. Und ich glaube nicht, dass Ralf Rangnick da besonders gute Erinnerungen dran hat, weil das eine unglaublich schwierige Position ist. Du bist dann, also Ralf Rangnick ist ein Entwickler. Das ist jemand, der langfristig denkt, der Macht haben will, der Dinge anstoßen und verändern möchte. Und bei Manchester United hat er damals dann auch als Interimstrainer, das hat einfach nicht funktioniert. Und ich glaube, der braucht ein Umfeld, wo man ihn machen lässt. Und ich glaube nicht, dass das bei Bayern in der Konstellation mit Alonso vielleicht im Rücken irgendwie klappen kann. Außerdem geht er ja zum HSV. Das ist ja das neueste Gerücht. Vor allem, ja, andererseits, er ist 65. Also er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Und wenn du ihm, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ihm jetzt eine Lösung für die nächsten zehn Jahre präsentierst, ist relativ gering. Weil so jugendlich ist der Mann nicht mehr. Wenn man nicht im Fußball arbeiten würde, würde er jetzt langsam das Renteneintrittsalter erreichen. Also das wäre schon jetzt nicht die große Lösung für die nächsten Jahre. Aber ja, ich glaube auch nicht Rangnick. Ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass so lange Hoeneß noch da ist, auch wenn die beiden sich ein bisschen ausgesöhnt haben und gerade Rummenigge ein großer Freund von Rangnick mittlerweile ist, kann ich mir trotzdem noch nicht so richtig geistig vorstellen. Aber wie gesagt, du hast ja keinen Namen mehr. Es ist ja nicht so, dass du jetzt irgendwie fünf, sechs Top-Trainer auf dem Markt hättest. Dem ist ja gar nicht so. Du hast ja wirklich gar keine Top-Trainer mehr auf dem Markt. Die Zerbi, Zidane. Ja, sie haben aber schon ja intern auch gesagt, dass die Zerbi, Mourinho wollten sie gar nicht. Die Zerbi hatten sie auch schon so halb abgelehnt wegen eben dem Problem mit der Sprache. Und bei Zidane ist es ja noch viel stärker ein Problem mit der Sprache. Ich finde auch Zidane, ehrlich gesagt, nicht den richtigen Trainer unbedingt. Weil nach Nagelsmann und Tuchel, das sind beides so taktikversessene Trainer, die wirklich akribisch versuchen, einen Einfluss zu nehmen. Und meine Wahrnehmung auf Zidane ist, dass er bei Real noch viel krasser vielleicht als ein Ancelotti die Spieler einfach machen lässt. So, der vielleicht so gewisse Grundsätzlichkeiten mit einbringt, aber er ist jetzt nicht so ein Laptop-Trainer. Er ist kein Tuchel, er ist kein Nagelsmann, er ist kein Guardiola, sondern er lässt die Qualität, die da schon vorhanden ist, von alleine und greift vielleicht dann eben mit seiner Aura als ehemaliger Weltstar, greift er dann irgendwie in die Mannschaft ein, aber sagt ihr jetzt nicht akribisch, wie sie zu spielen hat. Und das ist auch das, was Ancelotti macht. Das ist übrigens auch etwas, was Bellingham neulich in einem Interview noch mal gesagt hat, nach dem Spiel gegen Manchester City, dass es vielleicht Vereine und Mannschaften gibt, die sehr viel klarer einen Plan des Trainers verfolgen und dass sie bei Real Madrid die Möglichkeit haben, ihre individuelle Qualität sehr viel freier zu entfalten auf dem Platz. Das bestätigt ja so ein bisschen das, was da passiert und das hat Zidane auch gemacht, sodass ich nicht glaube, dass Zidane da für Bayern ein richtiges Ball, die Qualität nicht so groß ist, finde ich, in München. Also die Qualität ist nicht so groß wie bei Real und vor allen Dingen die Eingespieltheit nicht. Das kann vielleicht funktionieren, wenn du eine Truppe hast, die im Kern intakt ist, die einen Modric nicht groß als Lenker hat, die so viel Erfahrung mitbringt, dass du das nicht brauchst, diese minutiöse Anleitung. Aber die Bayern steht vor einem Umbruch, die Mittelfeldzentrale muss neu aufgestellt werden und ich kann mir nicht vorstellen, dass du dann einen Trainer hast, der dann sagt, ja okay, macht mal, sondern du musst irgendwas erstmal in ein Fundament legen. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube auch nicht, dass es Zidane wird, ich glaube nicht, dass es Mourinho wird. Die Serbi kann ich mir vorstellen, das einzige Problem ist halt die Sprache, aber wir leben natürlich auch in der Zeit, wenn du halt Englisch gut sprichst, dann werden die meisten Spieler damit klarkommen können. Hoeneß halt nicht vielleicht. Ja, die Serbi spricht aber auch nicht besonders großartiges Englisch, das haben sie ja auch schon gesagt. Aber der wäre natürlich noch der interessanteste Kandidat auch, weil du natürlich sagst, okay, an welchem Stil orientieren sich Stuttgart, Leverkusen, das ist ganz klar die Serbi und dann holst du dir das Original und sagst du, dann machst du da mit. Emery ist noch ein Name, der genannt wurde, der mit Aston Villa diese Saison eine starke Saison spielt. Aber du merkst halt schon, es ist gerade im deutschen Markt, ja gerade im deutschen Markt gibt es ja jetzt nicht diesen Trainer mehr. Nagelsmann, Nationalmannschaft, Tuchel hat man verbrannt. Man hat auch eigentlich, Hoeneß kommt glaube ich noch zu früh für ihn, aber es hat auch gerade verlängert in Stuttgart. Da gibt es jetzt nicht mehr diesen Namen. Den Nagelsmann hast du auch verbrannt. Das ist das Problem, wenn du die Trainer so schnell verbrennst. Irgendwann gehen sie dir aus. Ja, also für uns jetzt gerade sehr schwierig zu prognostizieren, wer es bei den Bayern wird. Mich würde einfach mal aus Neugier wirklich interessieren, wie sehr Nagelsmann den Bayern abgesagt hat und wie sehr Bayern sich intern gegen ihn entschieden hat. Das würde mich schon einfach mal interessieren. Ich finde es auch schwierig zu sagen, wir warten auf Alonso. Weil zum einen, keine Ahnung, was hinter den Kulissen passiert, aber es ist irgendwo schwer vorstellbar, dass sich Alonso für Bayern committed in 2026 oder 2025 und sagt, ja, ich mache noch eine Saison Leverkusen und dann komme ich zu euch. Das ist eine Konstellation, die kann ich mir einfach schwer vorstellen, weil erst mal ist er jetzt noch in Leverkusen, der kann jetzt ja nicht ein Jahr lang da arbeiten und was aufbauen mit vollem Herzen und Verstand und dann wissen, aber ich bin nächstes Jahr bei Bayern, das ist irgendwie, weiß ich auch nicht. Und gleichzeitig können die Bayern ja auch nicht richtig was machen. Die müssen jetzt einen Umbruch einleiten und das kannst du jetzt ja auch nicht machen, wenn du da jetzt ein Jahr lang so eine Übergangssituation hast und vor allem, was passiert, wenn die Erfolg haben mit einer Übergangslösung? Das ist ja auch wieder der Fluch der guten Tat. So wie Guardiola damals nach dem Trippel von Heinkes als Trainer kam, das lag immer über ihm, dieses Trippel. Alle haben erwartet, dass er das wiederholt. Das ist ja auch wieder Quatsch. Es gibt jetzt keine gute Lösung, aber ich würde schon halt auch als Bayern trotzdem gucken, Alonso ist gerade der heiße Scheiß. Wenn du den natürlich bekommen kannst, ist natürlich top, aber du kannst jetzt auch nicht ein Jahr verschenken, wie hast du ja gerade schon gesagt. Du musst jetzt eigentlich auch einen Umbruch einleiten im Kader. Du musst ein bisschen was anders machen, wenn du nicht längerfristige Probleme haben willst. Deswegen ist es eine ganz, ganz schwierige Situation für Bayern, in die sie sich aber auch mit dieser frühzeitigen Tuchenentlassung selber reinmanövriert haben, muss man ja ganz ehrlich sagen. Weil natürlich, wenn jetzt Tuche in der Champions League weit kommt, hättest du auch mit ihm weitermachen können. Aber naja, im Nachhinein ist man immer schlauer. Ja, dann haben sie vielleicht zum zweiten Mal so eine Nagelsmann-Situation, dass sie hinterher denken, Mensch, war das die richtige Entscheidung, den Trainer gehen zu lassen? Man stelle sich vor, der Tuche gewinnt die Champions League. Und das ist, auch wenn sie nicht Favorit sind, ja durchaus erreichbar. Denn mit Manchester City ist der größte Favorit raus, wo man wahrscheinlich gesagt hätte, okay, gegen City wird es in zwei Spielen nicht funktionieren können. Aber alles, was jetzt noch im Wettbewerb ist, auch wenn Bayern gegen Real nicht Favorit ist, aber es ist machbar. Es ist machbar für die Bayern. Stellen man sich vor, der Tuche geht als Champions League-Sieger, dann geht der erhobenen Hauptes auf jeden Fall. Und Bayern ist dann eher der, also dann ist Bayern wieder in der Situation, als Verlierer aus der Nummer rauszugehen. Weil lange Zeit sah es so aus, okay, Tuchel funktioniert nicht und mit seinen unsouveränen Interviews und seinem durchscheinenden Ego war man eher auf der Seite, dass man gesagt hat, okay, ich kann die Bayern verstehen. Aber wenn du dann jemanden rausschmeißt, der auch noch Champions League-Sieger wird, dann ist die Situation vielleicht wieder leicht eine andere. Gut, wir werden das verfolgen. Das werden wir. Und sobald wir wissen, was bei den Bayern passiert, dann versuchen wir natürlich auch, so schnell wie möglich darauf einzugehen, sei es in einer kleinen Sondermeldung wie jetzt gerade, die sehr spontan zusammengezimmert ist. Nochmal auch der Hinweis an dieser Stelle, wenn so spontan Meldungen reinkommen, versuchen wir es immer möglich zu machen, auch darauf zu reagieren. Das ist dann nicht möglich, das bei uns im Studio zu machen, aus rein logistischen Gründen. Kriegen wir das derzeit nicht umgesetzt. Deswegen haben wir halt diese kleine Online-Variante für uns, dass wir zumindest, wenn nicht ganz so schmuckt, doch aber inhaltlich darauf reagieren können. Das nochmal als Hinweis, falls ihr euch fragt, warum wir nicht im Studio sitzen. Ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall am Montag zu einer frischen Sendung, es sei denn, die Bayern präsentieren morgen überraschenderweise oder am Wochenende schon den Nachfolger zu Tuchel. Dann werden wir auch versuchen, uns wieder mal zusammenzusetzen. Vielleicht passiert es ja aber auch, wenn wir Glück haben, am Montag Vormittag, dann können wir das in der regulären Sendung besprechen. Genau. So machen wir das. Dann herzlichen Dank fürs Zusehen und wir freuen uns, wenn ihr uns in den Comments schreibt, freut ihr euch darüber, dass Nagelsmann Bundestrainer bleibt? Wie findet ihr die Entscheidung und was bedeutet das für den FC Bayern? Ist das eine Beschädigung, eine Niederlage oder sagt ihr, ach, die wollten den Nagelsmann sowieso nicht haben? Würden uns sehr über Feedback freuen. Vielleicht können wir am Montag dann auch nochmal auf das eingehen, was ihr uns in den Kommentarbereich geschrieben habt. Das war es von uns. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017